Willkommen Leute zu einer neuen Folge Minecraft Hardcore, wo gerade alles schwarz war. Ja, aber das lag daran, dass ich hier ein bisschen alles falsch gemacht habe, was ich nur falsch machen konnte. Ne, Spaß. Ich habe mich einfach eingeloggt und währenddessen bin ich so aus dem Fenster gegangen und da ist er dann gleich mit dem Escape Screen hier in der Escape Screen gegangen und dann passiert sowas immer. Dass das nicht so richtig geladen wird, hängt glaube ich auch alles mit dem System seit der 1.9 zusammen. Wo ja einiges mit dem Junk Loading geändert wurde. Aber gut, das geht jetzt schon wieder zu sehr ins Technische und zu sehr ins Detail vielleicht. Ich will ja hier nur ein bisschen überleben und versuche jetzt schon mal hier mir die Sachen mitzunehmen. Und wir gehen jetzt nach oben, würde ich sagen. Weil ich möchte mir ein Haus bauen eigentlich und deswegen möchte ich hier einfach so ein bisschen jetzt weg endlich mal. Und ich werde ein paar Sachen hier lassen, weil ich die einfach nicht brauche. Wie zum Beispiel das eine Holz, das brauche ich jetzt gerade nicht. Den einen Stick, der ist auch eher unnötig. Da nehme ich mir mal Knochen mit, ne, für Knochenmähe und so. Dann brauchen wir eigentlich auch kein Flint und so. Ja, kann ich ja mal mitnehmen, ne. Für ein Feuerzeug später, da könnte man das eventuell gebrauchen. Aber sonst auch nicht unbedingt. Und hier so ein Steinschwert, das brauche ich auch nicht mehr. Das ist natürlich klar. Da kann ich vielleicht noch Koppel mitnehmen. Ja, warum nicht? Und die erste Spitzhacke bleibt natürlich auch hier. Da kann ich kommen. Dann nehme ich mal Gunpowder hier mit. Äh, ja komm, den Rest tue ich dann oben in eine Kiste. Oder warte mal hier, Diorita, ne, das hatte ich nicht dabei. Na komm, kommt das mal raus und ich nehme mir ein verrottetes Fleisch mit. Oder den Seed. Vielleicht hilft er uns weiter. Komm, ich kann noch zweimal gehen, wisst ihr. Ist auch nicht das Problem. Bevor ich jetzt hier eine Minute rum überlege, gehe ich einfach zweimal. Es dauert dann genauso lange. Also, das ist wirklich auch wieder so eine komische Logik von mir. Die ich jetzt nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, ja. Das sind halt immer so Sachen, wo man da nicht stolz drauf ist, ne. So. Ach du Scheiße. Ja geil, das geht ja schon wieder schön los. Es ist natürlich Nacht. Wer hätte es gedacht. Und warum habe ich kein Bett? Das ist aber nicht so adrett. Ja, ich glaube, ich muss mal so eine Folge machen, wo ich die ganze Zeit reime. Ist auf jeden Fall nötig. Sonst, äh, keine Ahnung, jetzt fällt mir kein Reim ein. Okay, ähm, ja, nehmen wir die ja mal mit. Level 15 sind wir auch schon. Das passt schon. Und ja, ähm, dann hatte ich mir überlegt, so da hinten vielleicht mein Haus zu bauen. Weil, keine Ahnung, ich wollte das hier so im Schwarzeichenwald machen. So, weg mit dem bitte. Oh oh. Oh shit. Ach lol, Alter, ich dachte, das zieht mir viel mehr ab. Nur ein Herz war das jetzt. Na toll. Natürlich ist er kurz über dem Wasser explodiert und hat, äh, noch die halbe Gegend hier mitgesprengt. Ist ja klar. Passiert ja immer. Oh, Alter, ey, es ist bei Nacht wirklich unmöglich. Ich, ich, ich bin jetzt konsequent und mache mir hier so ein Scheißbett. Das geht gar nicht mehr hier. So, weg damit. So, weil das ist jetzt hier mir wirklich ein bisschen zu krass. Ich weiß nicht, wo ich mein Bett hin habe. Oder hatte ich überhaupt eins? Wahrscheinlich nicht. Dann hier, zack. So, und dann kriegen wir das jetzt hoffentlich mal hin. Ja, jetzt muss ich natürlich wieder irgendwas hier in die Offhand nehmen oder so. Keine Ahnung. Ich nehme mal das Bett da hin. So, der eine Holzblock, der muss mal weg. So. Das sieht aus mit dem Bett, Alter. Ist ja übelst hässlich. So, ich verprügel dich mit meinem Bett hier. Pass auf. So, und der auch. Och, Alter, wie viel zieht der ab? Mit so einer komischen Schaufel. So, und warum kann ich das jetzt nicht... Hä? Oh Mann, ey, ist das dämlich. Warum konnt ich denn jetzt das Fleisch nicht mehr aufsammeln? Habe ich das weggeworfen? Wahrscheinlich, ne? Oh, die Kartoffel kann ich gebrauchen. Das auf jeden Fall. Aber den Bogen, komm, den brauche ich nicht. Oder? Ich weiß nicht. Vielleicht kann ich den ja mal in die Offhand nehmen. Ja, brauche ich alles nicht. Obwohl doch das Bett. Scheiße, Mann. Jetzt kommen doch die Seeds raus. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt so viele Inventarprobleme schon wieder habe. Weil so viele Sachen hätte ich doch eigentlich gar nicht bekommen, oder? Och, Leute, Alter. Jetzt dachte ich schon, ich laufe in den Creeper rückwärts rein. Oh, oh. Scheiße. Oh, Mann. Hallo. Oh, Scheiße, ey. Was ist denn das jetzt? Vor allem, warum habe ich nicht mal eine Hose? Oder, ihr wisst schon, eine komplette Rüstung. Ist ja auch dumm. Oh, Alter, wie viele kommen denn hier noch? Ich meine, es ist ein Wald, aber komm. Ich glaube, ich gehe doch woanders hin, weil hier ist ja im Meer schon wieder zu viel versprengt. Ich wollte diese Folge wirklich noch mein Haus bauen, ja? Ist euch das klar? Ist euch das klar? Ich hoffe doch. Ich werde das auf jeden Fall noch schaffen. Und wenn man hier erstmal die halbe Folge damit verbringen muss, die scheißen Mobs zu schlachten, das geht ja auch gar nicht. Ich mache das jetzt doch hier mit dem Haus. Ne, hier sind wir auch gespawnt. Da passt das ganz gut. Da packe ich immer die ganzen Bäume weg, dass hier nicht tausend Zombies und so kommen können. Das wäre mal ganz gut. Und dann werde ich mir gleich mal eine Kiste bauen und alles. Ne, alles was eben dazu gehört. So. Das bleibt erstmal liegen. Das sammle ich gleich alles ein. Tatsächlich erst, wenn ich mein Haus stehen habe. Die Items bleiben sowieso fünf Minuten liegen. Und so lange geht die Folge. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall diese Folge noch mein Haus bauen, damit ich die Items nicht verliere, ne? So. Das hier kommt auch mal weg. Ich kann auch mal kurz was essen zwischendurch. Oh Mann ey, das ist so nervig, gell? Ich verliere den Bogen noch wegen dem Scheiß. So. Okay. Ja, dann gucken wir mal, wie wir jetzt hier in Hardcore so vorankommen. Ähm. Ja, ich baue mal hier schon die Grundpfeiler hin. Damit wir hier das sehen, ne? So, und ich wollte eigentlich diese Staffel erstmal ein ziemlich kleines Haus bauen. Da fange ich mal mit sowas hier an. Oh Mann. Das ist auch immer dumm. Wenn man das so platziert an so einem Grasbüschel, dann macht er sich quer. Ja. Das mag ich auch nicht. Oder warte mal. Vielleicht kann man das auch anders machen. Und zwar... So. Aber dafür eben länger dann, ne? So, vielleicht. Da haben wir sechs. Na, dann machen wir sieben hier. Oder fünf. Dazwischen. Ah, es ist das schon wieder. So. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Der muss weg. Und das... Ja. Dann haben wir jetzt endlich mal die Grundpfeiler. Und wir haben jetzt endlich mal die Grundpfosten unseres Hauses. Das ist schon mal sehr gut. Zack, zack. Zack. Dann machen wir hier nochmal eine Doppelkiste, ne? So. Dann kommt hier so das Bett hin. Und ja, da hinten so die Öfen. Da hab ich auch mal einen schönen, warmen Kopf, ne? Und dann können wir jetzt hier erstmal ein bisschen was ablegen. Und zwar so ungefähr alles, ne? Das Gold können wir durchschmelzen, würde ich sagen. Die Diamanten kommen weg. Die werde ich natürlich bald umcraften, ne? So. Dann kommt hier die... Das Zeug rein. Redstone kommt raus. Das behalte ich mal. Hier tue ich mal die Hälfte raus. Ähm. Ja. Nehmen wir mal hier den Eimer. Kann man auch hier wieder das ganze Zeug mitnehmen. Diese Planken und alles. Ne? Und ja, da haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Platz im Inventar. Endlich. Das ist auf jeden Fall cool. Und ja, wo mach ich mir jetzt ein Fenster hin? Ich weiß es noch nicht. Ich denk mal nach da, weil das ist eigentlich ein cooler Ausblick. Dann mach ich das mal so hier. So. Und hier, das bleibt natürlich immer noch, weil da immer noch Holz dran hängt, ne? Ist, äh, auch immer so eine Sache. Ja, ich muss mir mal eine Eisenachst machen. Und eine Diamantspitzhack. Ich denk mal, das machen wir nächste Folge. Da werde ich dann einfach mal nach unten gehen. Und mir einen, äh, Zaubertisch holen. So nach und nach. Und da wäre es natürlich auch mal schlau, wenn ich auf Dauer das Zuckerrohr anpflanze. Damit das hier mal eine Chance hat zu wachsen, ne? Ansonsten kann ich auch noch mal gucken, ob es hier was gibt. Aber ich glaub erstmal nicht so viel. Weil es ist natürlich auch... Ja, keine Ahnung. Ich seh zumindest nichts. Ja. Dann guck ich mal. Ich hol mir mal eine neue Axt, weil die alte nervt mich. So, zack, zack. Die kommt erstmal raus. Dann stack ich mich hier hoch. Ja, ich versuch gerade hier ein bisschen produktiver zu sein. Weil wir eben bisher das überhaupt nicht waren. Ne? Und ich will jetzt hier einfach mal was schaffen. Das hat mich heute schon in meiner Mini-Craft-Attack-Aufnahme gestört. Da war ich auch irgendwie relativ unproduktiv. Obwohl ich gerade in dem Video gesagt hatte, yo, in letzter Zeit bin ich viel motivierter, produktiv zu sein und so. Ja. War ein bisschen paradox. Aber, ja, weil ich hatte mir einfach mehr vorgenommen für die Folge. Und bin dann nur rumgelaufen teilweise, so zwei Minuten. Und das hat mich so gestört. Und am Ende hab ich dann noch wieder, irgendwie bin ich ins Haspeln gekommen. Weil dann kam noch Wasser und so. Und das hat mich dann schon wieder alles gestört, die Folge. Weil ich dann am Ende länger gemacht hatte, als ich eigentlich wollte. Ich wollte also schon eher Schluss machen und bla bla. Und dann war es eben leider nicht so. Naja, egal. Ich brauch jetzt erstmal ein Thumbnail, ne? Den Rest hier mach ich dann in die nächste Folge weg, denke ich mal. Kriegen wir schon hin. Und ja, ich hab immerhin schon mal den Plan meines Hauses, ne? Die Durchführung ist ja dann nicht so schlimm immer. Man muss erstmal so eine Idee haben, ja? Und dann würde ich sagen, bis später, Leute. Haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal.